Eigentlich sagen ja Bilder mehr als Worte. Also habe ich mir gedacht, fährst du mal nach Potsdam zur Flottenparade am 13. April 2014 und lässt dir von Gustav helfen. Gustav ist 1908 geboren und hat freudestrahlend Ja gesagt. Wie alt ist sie denn überhaupt? 106 Jahre ist er. Also 106 Jahre jetzt. 106 Jahre. Ist sie schon irgendwann mal erneuert worden? Ja, nicht erneuert. Da wurden wir keine Hause gewechselt. Die Räumstamm sind neu gekauft, Lager, Buchsen sind mal erneuert worden. Die Räumstamm sind neuert worden. Der Rest ist alt. Also sonst ist es nicht so, wie ich sehe. Ist immer noch? Ja, klar. Wie lange soll die jetzt noch laufen? Ich komme noch ein paar Jahrzehnte. Ich komme hinten noch von Nachfolger. Okay, danke. Übrigens, der Ton ist extern teilweise aufgenommen, damit ihr die wahre Geschwindigkeit sozusagen zum Vergleich auf den Ohren habt und die Slow-Motion auf den Augen. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.